Und da bin ich wieder, weit mir geht's! Hier brauchen wir... Entweder eine richtige Schwert oder Axt oder sonstwas Aber natürlich die Axt Brauchen wir Können wir das richtige Schwert nehmen? Jetzt kommt erstmal ein kleiner Kampf Gegen Raptoren... Irgendwas stimmt hier nicht Da ist das Mist hier auch schön So ein feiges Mist zu Das erste ist wieder besiegt Ich weiß nicht wie viel das ist geworden Ein paar Horns schön Das wird besiegt... Das war's. Jetzt können wir lieber ein Blatt, bevor wir nach K.O. gehen. Und Hundi, ich dachte schon, doch Hundi ist K.O. Hundi ist K.O. ja, aber wir haben Level 3 erreicht. Hundi wird nicht so schnell aufstehen, nur wenn ich jetzt schlafen gehe. Oder mit den Hundeknochen später. Und wir haben verloren. Scheiße aber auch. Fast gewonnen. Der Hund gerettet uns jetzt. Und wir bringen uns ins Urwalddorf. Wie geht's, du siehst mild genommen aus. Na nun, was ist passiert? Kaptoren haben die fast zerfleischt, du armer Junge. Das Beste hier kannst du noch am... Das ist kein Beste, das ist mein Hund. Der ist dein bester Freund. Nun, wenn ihr schon immer hier seid, könnt ihr auch den Spielstand speichern. Wollt ihr das tun? Oder weißt du davon Spielstand speichern? Die Körbe und Kürge, die du dabei finden kannst, kannst du ruhig öffnen. Find dir alles, was du damit findest. Zwei Wurzeln. Wasser und Nektar. Ein paar Zutaten noch. Warum ich jetzt Asche gefunden habe, ich wusste es. Das sind... Kamid immer Asche rät. So wie hier. Ich weiß nicht, dass das was ist, aber ich glaube nicht. Das erste Mal gehen wir zum Häuptling. Zora Zotterlkopf heißt sie. Kommt der ganze Buschkinder. Feuerauge, Feuerauge. Feuerauge! 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 Was ist los? Hallo, ich bin Zora Zotterklopf. Hier, hier nennt mich Feuerauge. Aha. Ich bin Darkling. Gut, das Ding. Komm rein. Dann können wir reden. Schau, du hattest einen schweren Kampf im Dschungel. Ist das die Beste, die dich gegantet hat? Ja, aber das ist kein Beste. Da ist mein Hund. Und wie heißt er? Äh, wie heißt... Ich hab ihn immer Rex genannt. Also... Nenn ich ihn auch jetzt Rex. Cooler... Was noch cooler kommt, wir nennen ihn Link. Link ist mein kleiner Hund. Jo, Link nennen wir den. Link! Link? So hieß meine Großmutter. Hehehe. Du bist nicht von hier, oder? Hm, ich glaube nicht. Wo ist es eigentlich hier? Ich bin jetzt hier im Land Evermore. Und dies ist mein Dschungelor. Ich bin der Häuptling. Aha. Weißt nicht völlig, wo ich hier nach Groß Ostheim komme, oder? Groß Ostheim? Hm, interessant. Ich glaube... Vielleicht kann ich dir helfen. Doch könntest du nicht zunächst sitzen? Hm. Muss das sein. Unser Aschewiss Schlaubert ist zur Käfersteppe aufgeboren. Sie liegt im Osten. Er tut dort nach. Selte Zutam für deine Zauberformen. Wenn du schaffst ihn zurück zum Dorf zu bringen, werde ich dir weiterhelfen. Okay. Und wie Captain Cork im 7-7-Breude im 7-4-Garten sagt. Baby, ich komme. Bevor du gehst. Ich möchte dir eine alchemistische Formel geben, die ich entdeckt habe. Ich nenne sie... Hitzeblitz. Sie hilft gegen wilde Monster. Und das ist jetzt... Alchemie. Hitzeblitzen. Brauchen wir einmal Wachs und zweimal Öl. Kann man das einsetzen. Weil du brauchst... Ein Stück Wachs und zwei Tropfen Öl vermischt. Bildet einfach die Zaubersprung aus und... Lass es knallen. Ja, für den benutzt. Stärker wird er. Ja, das ist... Versacred of Mana die Marien. Jetzt haben wir einen Hundekuchen gefunden. Damit können wir unseren... kleinen Linkwirbel eben. Komm Linky Link. Ja. Komm Link. Mein kleines Schoßhähnchen. Wenn ich mit dem Wachs hinten würde, könnte ich es euch mal zeigen. Hitzeblitz. Aber ich finde ja keinen Wachs. Nachher kann man Zutaten kaufen. Ich glaube jedenfalls irgendwas. Hat die aus dem Weg klingt. Komm bei Fußling. Ganz braver Link. Na gut. Gibt's ne Speicherpunkt, ne Speicherhahnastner. Gibt's ne Speicherpunkt, ne Speicherhahnastner. So... Schuhplatter tanzen. Oh weia. Ich hab echt kein Leben hier zu haben. Die Leute. Na wo war der Speicherpunkt? Dann wird man nicht dem Part. Dann wird man nicht dem Part. Na nimm mal noch hier mit. Drei sich Grein gefunden. Wasser. Und drei Topfen Wasser. Na wir nicht übernachten. Und auch wir speichern. Und wir hätten dann den Part. Und bis zum nächsten Mal.